hallo freunde wir haben heute mal wieder eine kleine lieferung bekommen ich habe einen neuen shop entdeckt zaubermärz ich weiß nicht ob ihr den kennt ich weiß auch nicht warum also hier steht der der name oben drauf zaubermärz und ich weiß nicht warum der name wenn mir jemand sagen kann was auf deutsch heißen soll zauber ist ja deutsch aber was heißt märz auf deutsch keine ahnung und findet halt immer schade dass man nicht nicht an dem namen schon gleich sieht was es sein soll aber ich fand es ganz neckisch und interessant weil alles so mit magie mit hexen mit zauberkunst so was zu tun haben soll alles so ein bisschen auf dieser art getrimmt ist fand ich cool dass es vor allem auch gleich dazu passende gläser oder tassen gibt gibt es als tasse praktisch mit einer tasse mit ausgesucht ist ja cool richter kleiner zauberkessel also so ein hexenkessel dazu gibt es dann solche löffelchen hexen löffel hexen besen sind ja richtig hexen besen fand ich ganz cool dass es so passend wenn man sich schon so besorgt dass man passend dazu dann auch solche besen löffel hat so cool hexen besen als löffel coole sache also wenn denn soll man seinem seinem geschmack oder sowas ja auch treu bleiben drehen mal den löffel um bitte drehen mal den ja so damit man sieht dass es ein besen soll ein besen sein hexen besen ist cool und dann gibt es ja ganz viele verschiedene teesorten eigentlich ist es ja tee aber alles so oft zaubertrank gemacht da gibt es rahmen kralle und ich habe jetzt hier drei verschiedene erstmal glückstrang glück kann jeder in seinem leben gebrauchen also machen wir erstmal ein glückstrang dann gibt es den liebestrangen den braucht man auch ganz viel in der welt liebestrangen und dann weil das hier richtig lecker sein soll das habe ich schon auf facebook bei vielen so gesehen butterscotch brew das schmeckt eben lecker süß ich bin halt nur süß ich brauche was süßes so und dann muss man sich den eben brühen wie tee und jetzt kann man den entweder im winter als heißen tee trinken oder im sommer als eistee mit blubbern drin wir haben eistee und wir machen jetzt erstmal also wir müssen den jetzt erstmal aufbrühen ist ja logisch dafür habe ich mir schon mal ein paar kannen bereitgestellt ich mache gleich alle drei als erstes brühen wir uns hier mal den glückstrank auf das ist mango und ringelblume flüssiges glück welche schnell süchtig machen kann dann steht hier drauf acht bis zehn minuten bei 100 grad kann man heiß und kalt trinken ein genuss zu jeder jahresteil und dann waren mal so zwei bis drei löffel pro glas oder tasse machen wir uns hier mal da hast du gleich ein sieb für die kanne also bei der kann hier ist ein sieb dabei bei der blauen kann aber auch mal ein sieb dabei das haben wir auch noch irgendwo siehst du nummer eins so dann haben wir hier unseren liebestrank sieht ja schon mal cool aus farblich kirsche und rose da ist aber noch mehr drin apfelstücke hibiskus blüten hackebuttenschalen ananasstücke zucker 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 ist da alles schon mit drin so hier habe ich dann jetzt so ein tee dingens gefunden noch dass wir das hier mit rein hängen können da mache ich jetzt auch wieder drei so eine löffelchen rein hier sieht man mal was da so alle drin ist lecker aussehen tut es ja ja da bin ich mal gespannt so und hier haben wir dann den butterscotch brew da ist was steht da drinne roebus gold karamell drops zucker vollmilch pulver soja milch pulver molke pulver magermilch pulver karamellisierter zucker das mache ich jetzt einfach hier in die kanne so rein und gießt dann nachher durch ein sieb ab das sieht ja gut aus kann man so machen so die optik gießt nachher eben durch ein sieb im glas so dann muss man das alles bloß auf das drinne schwimmt ja nicht mit ein zwei tassen so hier muss ich gerne auch voll machen hier und da muss ich noch ein bisschen zufüllen was der zeit in der zeit so damit mein tee jetzt ziehen kann ziehen heißt er muss im wasser sein kann mir jetzt einfach noch mal eine andere kanne geholt das ist eigentlich für meinen cold brew kaffee aber da kann man den tee ja auch einfüllen ist völlig egal und dann ist er hier in so einer naja langen t-dingens drinnen die wollte euch ja nur zeigen wasser hat alles ja und vor allem das muss schon richtig ziehen sonst kommt die farbe ja ja nicht so zur wältung ist jetzt hier rot werden schön ziehen hier gelb ist ja drin und bei dem butterscotch da machen wir uns einfach noch ein bisschen was dazu ich denke mal das reicht natürlich ist ja nur erstmal grobe und wenn es nicht schmeckt dann machen wir das video weg machen wir dann machen wir das video weg ich habe es nur 8 bis 10 minuten ja ziehen lassen und dann muss es ja sowieso noch abkühlen gut jetzt habe ich alles drei in so einer kanne wo der ziehen kann also nicht ziehen kann abkühlen kann und dann warten wir mal ab wie schmeckt eiswürfel habe ich mir auch schon gemacht und dann gibt es heute abend lecker eistee du bist so gut zu uns ich weiß ja noch nicht ob du was abkriegst unser tee ist dann jetzt abgekühlt und ihr könnt den tee aber auch gleich wenn ihr frisch gebrüht habt richtig viel eiswürfel dann im glas machen und dann eben als eistee gleich verwenden aber je mehr eiswürfel man rein macht desto mehr verwässert der tee finde ich immer also habe ich den erst abkühlen lassen und wir machen uns dann jetzt unseren eistee ich mache jetzt für jeden von uns immer einen damit wir weiter probieren können hier haben wir unsere schönen eiswürfel kommen hier ein paar eiswürfel rein jetzt machen wir uns hier bei dem butterscotch brew machen wir uns das gleiche glas hier ein bisschen schön jetzt hier so ein sirup den hatte ich mir für babbeltee gekauft braunen zucker gibt aber auch noch haselnuss oder dark karamell warte mal ich habe hier auch noch dark karamell wir nehmen dark karamell von franz frappé richtig dunkle karamell wird jetzt hier am glasrand lang getropfelt so wenn dann sollte er schon schön aussehen bei mir kann ich jetzt zwar auch machen in der tasse hier bringt aber nicht so viel weil man nicht sieht so da kommt dann jetzt unser butterscotch brew und jetzt unser knallroter liebestranken der ist richtig edel und wenn man schon dabei ist kann man da auch noch babbeltee draus machen und das mache ich jetzt hier in den liebestrank mit rein weil wir da gelbe babbels jetzt haben mango babbels kommen jetzt da einfach mit rein man da unten noch diese schönen kugeln ja die sind lecker die kann man im internet kaufen hatte ich euch schon mal gezeigt als wir babbeltee einfach so gemacht haben so jetzt kommt da überall ein schöner strohhalm drin bei babbeltee müssen wir ja große die anderen können wir mit normalen strohhalmen machen so und dann können wir uns jetzt erstmal gut schmecken lassen so eine leckere sache lecker ja also leute das ist wirklich lecker wir haben jetzt schon mal probiert alle drei sorten sind richtig cool aber eben butterscotch brew ist der burner das ist da ich mich schon ganz lange drauf gefreut auf das päckchen probiert es also ruhig mal aus in diesem sinne bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten sachen die wir finden oder machen und diese drei sachen sind schon mal cool aber da gibt es ja noch viel mehr schaut da mal rein ich verlinke euch das wir sehen uns bis dann wir sehen uns bis zum nächsten Mal